Was geht ab, manos, Seafighter-Hosen, ihr und HEUTE! Einfach eskalieren, keine Ahnung, seitdem morgen. Heute mit den Summons zu Vegeta, zu dem neuen Vegeta auf Global. Bin auf jeden Fall drauf gespannt, was hier abgehen wird, falls ihr noch Summen werdet, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, wenn ihr gleich mitsummen wollt. Wir haben noch einen Hubsummen gleich. Dustin Niemann für deinen dritten Reset, was geht ab? Dustin 2, 4, 3, Dankeschön, my boy. Dann könnt ihr euch schon mal gerne vorbereiten. Freunde, ich möchte es ganz kurz noch erwähnen, falls ihr euch fragt, ob ihr hier Summen solltet oder nicht. Charlotte Mao, Sainte Reset, gerade dein JP Video angeschaut. Mit one last one, die noch 6.000 Euro bekommen. Oh, Mao, gratuliere dir, mein Boy. Ich wollte es nämlich auch schon sagen, falls ihr Fragen habt, solltet ihr das Summen oder nicht. Ich bin da explizit in einem Info- und Detail-Studio zum Sane-Day, zum Sane-Day-Video drauf eingegangen. Könnt euch gerne ansehen. Auf JP haben wir ebenso schon gesammelt, wie es unser Boy Charlotte Mao gesagt hat. Laura Sky95, Impact, lieben Dank für dein Follow. Raffi Fox, lieben Dank für dein Subscribe. Und das war dann quasi unser Go, würde ich sagen. Erster Mutli Samyan Dashiell-30-Sones. Lass uns das Ganze mal angucken, wie das hier verläuft, Freunde. Zur Not! Zur Not habe ich noch was! Fabo, lieben Dank fürs Followern, Seko, Seko, ebenso. Und zwar, Freunde, was sagt ihr jetzt? Job, wie geht's heute? Ich hab gar nicht drauf geschaut, wer war alles da? Ich glaub, da waren einige dabei. Oh, Super 10.1, hör auf, bitte. Bitte? Super 10.1 wollt man nicht sehen, oder? Wenn's da nur der GSS. Babo, Chabu, lieben Dank fürs Followern, was geht ab? Und Berserkritz ebenso. Oh, Mahaboyz, jetzt geht's da richtig ab, hier, Freunde. Vielen lieben Dank dafür. Ayu, lieben ebenso, Ayu. Moment, Freunde, Moment. Schieb das Ganze mal runter. Bam. Jetzt muss auch bei Easy Vegeta. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ryoku, lieben Dank fürs Followern, was geht ab? Ja, Baseball-Vegeta kommt, ja, schau mal. Hashtag GS, er schreibt ein Hallo, was geht ab? Mutter Batzen, lieben Dank fürs Followern. Alle eskalieren. Hehe. Hab leider aus 300 Zones nur dreimal Integator und einmal so ein bisschen Rybar-Duck gezogen. Freunde, D, leider, lieben Dank für die ganzen Followern, die reinkommen. Ich war wirklich wirklich sehr, sehr zu schätzen, was geht ab? Goku war ebenso Rangos. Okay, das sind nur GS, er. Hamish, lieben Dank fürs Followern, was geht ab? Wer ist das? Keiner kennt den. War da schon der GS, er? Hab ich schon so oft auf diesen Button geklickt? Das gibt's doch nicht. Warte mal, ich geh die Sache auch falsch an. Ich geh die Sache auch falsch an. Viel Glück, lieben Dank. Lieben Dank. Ich geh die Sache auch falsch an, was denk ich mir? Hört ihr die Musik im Hintergrund? Wie, geht chillt und so. Wapi, lieben Dank fürs Followern. Wir wollen hier nicht chillen. Wir wollen hier nicht chillen, Freunde. Brauchen schon die Vegeta-Musik, oder? Hört ihr das? Wo sind die Cosplays? Ah, geht nicht. Für Vegeta gibt's leider keinen Cosplay, bin ich ehrlich. Ich hab vorher schon den Witz gebracht. Galadin, danke fürs Followern. Für Vegeta gibt's keinen Cosplay, weil ich bin Vegeta. Featured Charakter. Haha, ja, ich bin Vegeta. Ja, ja, ja. Hey, tu mal, was ist hier los da, Mann? Ischta Powerlevel am Start. Ah, jetzt so, pats. Mit meinem Scout habe ich's, Freunde. Mit meinem Scout habe ich's. Aber hat mir Glück gebracht, auf jeden Fall. In meinem JP-Video. Haha, ein großes Stück aus B.A.G. Genau, das. Hahaha. Alright, jetzt warte mal. Ich war da total abgelenkt, Freunde. Jetzt bin ich mal in der Materie drin. Ich war da irgendwie, zwar da, aber auch woanders. Dum, 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 dum. Ein Featured haben wir. Easy, easy, easy to go. Einfach mal mitnehmen. Im Gepäck. Ach so, Tarble, du meinst? Ah, das ist der Scout of Antarble. Ihr Logo. Komm mal ran. Hahaha. Ja, nehme ich an. Super-Saint-3-Bardock, Juve. Ich mein, dazu sag ich nicht, nein. Super-Saint-3-Bardock. Korrekt, korrekt, korrekt. Das ist echt gut. Wie geht der? Gut, du bist gekommen. Kannst du sagen, ob ich was verpasste habe? Wir sind im zweiten Multi. So viel hast du nicht verpasst. Wir haben gerade Bardock gezogen hier an der Stelle. Und mehr hast du nicht verpasst. Du musst deine Haare färben, dann bist du auch super-Saint. Wie geht's? Ey, Bardock ist geil. Bardock ist geil. Vergiss den Group-Sum. Ich danke, dass ihr mich daran erinnert habt. Wir machen jetzt schon mal einen Group-Sum, Freunde. Ihr merkt vielleicht schon was, so schnell. Korrekt, du siehst du mal fürs Followen? Ich hatte hier zwar 200 Sons. Ich bin aber noch gewillt, vielleicht mehr zu gehen. Je nachdem, wie unsere Ausbeute ist. Deswegen habe ich einfach mal so die 200 aufgeladen. Lasst uns hier mal einen Group-Sum machen. Ihr wollt uns auf jeden Fall sehen. Ich zähle gleich runter, Freunde. Im Stream. Macht euch bereits, ich glaube ich, in wenig Zeit. Sei es im Stream oder auf YouTube. Auf YouTube dann im Upload. Oh, wir haben ja einen Vegeta. Ich zähle gleich runter, Freunde. Ich zähle gleich runter. Und dann könnt ihr gerne mitmachen, wie es das Ganze läuft. Kokola, auf lieben Dank fürs Followen. Sei es auf den Social Media oder in den YouTube-Kommentaren. Oder hier natürlich im Livestream. Mourinho, könnt ihr mich gerne wissen, was ihr dann gezogen habt. HAAAAT! Kommt ihr in eine super Video-Animation? Also, ich zähle runter. Drei! Zwei! Eins! Bum, 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 bum. Habt ihr auf GFM Global bekommen? Gratuliere dir. Da kommt der Vegeta. Dritter Multi-Slot 6. Slot 6, das ist ja 1. Das ist 2. Hab ein Single-Vegeta-Slamm gezogen in der Schule. Ja, Disney-Plays, oder? Dann haben wir 3. Also, Sing-Slamm ist doch so krall. Dino, lieben Dank fürs Followen. 4. Oh, das war kein Bait. 5! Aha. Das war der falsche Bait von Vegeta. Du hast gesagt 6, ne? Wie viele Super Saiyan-Badoc-Tübs hast du? Auf beiden Version nur eins. Also, nur eins. BOOM! Ha! Bidi! Ne, ich steh's. Warte mal, was hatten wir? Wir hatten übel die... Wir hatten übel die Müll-Animation. Ja! Was? Oh my god! Okay, 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 okay. Okay, warte mal. Super-Int-Vegeta. Den haben wir schon mal. Super-Vegeta-Int haben wir schon mal. Bidi? Ja, Bidi! Das denke ich mir auch. Super-Vegeta-Int haben wir schon mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der ist cool. Ja, Freunde. Ich sage nicht letzte Multi. Ich sage auch nicht one last Multi. Denn ich habe einen Zaubertrick danach. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich. Bruder, vielen Dank fürs Verloren. Freunde, lasst... Habt ihr mir trotzdem... The Power. Hashtag Stirn. Schaut euch mal diese Stirn an, Freunde. Wer hat so eine große Stirn? Habt ihr mir ein Hashtag Stirn? Naja, immerhin. Ja, ich beschwär mich nicht. Immerhin, auf jeden Fall. Super-Vegeta ist übel gut. Hashtag Stirn. Und dann lasst ihr das Ganze mal laufen. Und sauf, Freunde. Zenflex, lieben Dank fürs Followen. Kennt ihr den Soundtrack? Wenn er zu laut ist, sagt mir Bescheid. Majin Bada, lieben Dank fürs Followen. Hashtag Stirn. Auf einmal kommt aus einem anderen Spiel Sakuda einfach. Bide, hab ich gesagt, Sakuda hat eine große Stirn? Ah, okay. Die Animation geht. Die Animation geht. Pando, Biku, niemals fürs Followen. Was geht ab? Hast du mir einen Gottkuh? Oh, Idee, Idee. Zaubertrick, Schrein und Küsschen willkommen. Ne, ne, ich hab einen neuen Zaubertrick. Siebter. Okay, eins, zwei haben wir an der Stelle. Yajirobe. Der dritte. Einer hat gesagt, der siebte ist es, oder was? Nummer vier. Shadow Wolf, vielen Dank fürs Followen. Nummer fünf. Krass Zaubertrick, du öffnest dein Popmenu und da fliegst du zu uns raus. Nein, nein, nein. Sechs. Sieben. Eskalation. Nein. I don't wanna know. Wenn ich ein paar Monate zurückdenke, oder ein Jahr, dann hätte ich mich jetzt dafür geklatscht, dass ich mich gerade beschwert habe, dass ich ihn gezogen habe. Weil ihn habe ich damals als neu rausgekommen auf Globeln ums Verrecken nicht gezogen. Aber im Vielfalen gut, aber dann habe ich dann drei Stück von ihm auf einmal gezogen. Hat mich übel gefreut. Sind zwar mehr, aber 100%. Ja, okay. Das soll mir dann recht sein, dass ich mich über den jetzt beschwert habe. Was? Alter, was? Einfach so random. Kuliser. Einer kennt den, Freunde. Naja, schade. Okay, wartet mal. Wartet mal, Freunde. Macht mal. Macht mal. Warte, warte, warte. Mach mal ganz kurz. Macht mal ganz kurz die Augen zu. Darf ich aber das jetzt auch nicht zeigen. Weil, ja, eigentlich. Eigentlich. Ja, das ist eigentlich geheim. Zwischen mir und Bandai so. Aber, Freunde. Wartet mal ganz kurz. Ihr dürft das jetzt nicht hören. Okay, das sieht doch gut aus. Ich habe es mal. Ich habe es mal. Das sieht gut aus. Nice balance. Ihr lieben Dank für das Subscribe. Ich habe hier nämlich. Was lauft mit Konferenz? Okay. Los da. Ah, ja. Ah. Niklas. Lieben Dank fürs Followern. Okay. Na ja, wenn man das genau nochmal anguckt, so, dann sieht man, was ist jetzt passiert? BD? Was? Ah, das ist das Shoutout am Bandai, dass sie einfach mal so 100 Zons reingedonert haben. Also, das gibt es auch nur, man kennt es bei YouTuber, oder? Ah, manchmal lache ich darüber, dass wenn einer sagt, hey, YouTuber, like YouTuber, der ihr konzentriertet. Also, ähm, den, die sind so, so, äh, keine Ahnung, gecheatet durch Bandai. Ja, Bandai drückt da ihre Raids so. Hä, der, 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 haben wir gerade live gesehen. Tatsächlich, ey. Shoutout am Bandai. Danke für die Zalmultis noch. Danke für die erhöhten Raids bei Vegeta, dass sie ihn jetzt ziehen. Haha. So, egal, geht doch, oder? Wenn man Kontakt zu Bandai hat. Easy. Guck mal, jetzt kommt Medito-Animation. Brrrrrr. Spaß. War, by the way, nur Spaß, wenn ich das einmal ernst nimmt, oder das wirklich nicht glaubt. Jedenfalls, Freunde, wir haben hier noch zwei Multisub am Start. Go, go. Drei S haben wir, wenn einer davon featuret ist, ist es auf jeden Fall geil. Oh mein Gott. Was? Maxim, lieben Dank fürs Subscriben. Far Cry Zero, ebenso Marco fürs Follow. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dieser Full Power Goku, ey, ist überall. Shoutout an Full Power Guri an der Stelle, ma boy. Einfach. Marco, lieben Dank fürs Followen. Krass. Er ist so lieb ja auch auf Global. Unglaublich. Ey, ma boy, the bug. Oh. Dankeschön für den Euro, hast du da? Wie du da ziehst, kommt der Rest Potschel. Aber alles, alles gut, alles gut. Kein Stress, Freunde, alles in Ordnung. Hat keine Eile auf jeden Fall. Full Power Goku und Bardock haben wir heute schon gesehen im JP-Video. Krass. Nehme ich an, nehme ich an auf jeden Fall. Aber wir haben schon, wir haben wirklich auch, verdammt nochmal, wir haben auch hier wirklich Rückgezogen auf Global. Das geht ab. Wann hat aber die falschen Rates erhöht. Und reinzig Goku, lieben Dank für deinen sechsten Resub. Was geht ab? Dieses Timing. Ja, der kam direkt mit dem Sub. Warum kein Resub? Weiß nicht mal, boy. Ich weiß, warum kein Resub es war. Keine Ahnung. Gohan. Neto, lieben Dank fürs Followen. Es geht noch weiter, was? 4 SSR. Hab in dem Weg geht aber noch alles 100% bis auf die 2,9. Wie geht also, soll ich dann lieber für Kip Goku weiterziehen? Hab in dem Weg alles 100% bis auf die 2,9. Du, mein Boy, musst du wissen. Du kannst auch ruhig sparen, denn nach dem Insane Day ist auch ein Golden Week auf JP. Und dann bei Nights Zentrale. Gib mir Stones. Bei Nights BBD. Hier hast du es. Ja, lieben Dank dafür. Ihr habt es gesehen. Stones wurden aufgefrischt. Vielen lieben Dank fürs Followen. Und Raids wurden erhöht. Jetzt sehen wir mal die Raids an, Freunde. Und hauen hier noch einen letzten Multi raus. Aua. Lass uns hier das Ganze noch aufrunden, Freunde. Hoffentlich sehen wir noch was ganz Nettes. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal. Vielen lieben Dank für deinen Subscribe. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal, dass ihr live zugesehen habt. Dann auch im Stream Upload. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt, Freunde. Die Stürm ist aufs Maximum erhöht. Gehen wir hier noch mal rein. Und dann gucken wir mal was hier im One Last Multi. Willkommen, Freunde. Ansonsten würde ich euch weiterhin auf jeden Fall, falls ihr noch zusammen werdet. Mutter sehen allein im letzten Multi. Was ich, was ich hasse. Was ich. Also heute, warte, 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 warte. Heute war der Mutter sehen allein, wir haben was Gutes gezogen. Aber was ich hasse ist, wenn ich im letzten Multi den nicht mache. Egal wo. Nur den GS erziehe. Sieht nicht so gut aus. Ja, Gott sei Dank. Ja, glaube ich auch. Ey, hör auf, bitte. Ich hasse es, wenn der letzte Multi nur GSS. War das schon? Habe ich schon so oft getippt? Ah, nein. Ja, okay, okay, okay. Es war nicht nur der GS er. Da. Es war immer nicht nur der GS erfreunde. So viel zu den Global Suns, würde ich sagen. Vielen lieben Dank. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Im Stream geht es auch natürlich weiter, aber damit ihr den Cut haben fürs Stream-Upload. Ja, fühl ich mir geht da. Es wird ein bisschen zickig. Ist nicht schlimm. Es hat keine Eile auf jeden Fall. Wir bekommen ja nächstes Jahr auf Globo, zum Beispiel noch Extremsy Battle. Dann können wir da noch ein Multi raus, dann links, rechts noch auf jeden Fall. Das Ganze wird zwei Wochen live sein. Dementsprechend wird euch auf jeden Fall da noch reingehen, Freunde. Aber für heute, sorry, reicht es auf jeden Fall. Vielen Dank für die ganzen Unterstützung. Vielen Dank für die ganzen Follows. Michel zum Abschluss. Vielen Dank fürs Followen. Für die ganzen Subscribes, die reinkamen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bleibe mich für zu sehen, wie gesagt. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Macht's gut. Peace.